Hallo, heute zeige ich euch mal, wie ich mein Haarband in meine Haare setze und zwar mit glatten Haaren. Setze einfach auf meine Haare drauf und schaue dann, dass sich alle so ein bisschen in die Richtung ziehen, in der ich es gerne hätte. Und dann fange ich an und hole einzeln mit meinen Fingern immer ein paar Haare von über dem Haarband hoch, damit die so ein bisschen drüber hängen. Aber immer nur ganz kleine Strähnen, damit man das Haarband noch schön sieht. An der Seite nehme ich ein paar dickere Strähnen, damit ihr so ein bisschen über den Abschluss zwischen Haarband und dem Gummizug, den ich hinten dran habe, drüber hängt. An beiden Seiten und hinten ziehe ich auch fast alles drüber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen.